Ein Traum, ein Traum, ist unser Leben auf Erden hier, Wie Schatten auf den Wogen schweben und schwinden wir, Und messen unsere trägen Schritte nach Raum und Zeit, Und sind, wir wissen's nicht, in Mitte der Ewigkeit. Ein Traum, ein Traum ist unser Leben auf Erden hier. So weit, so üblich, unser Leben ein Traum, ein Spiel Oder was auch immer belanglos vergänglich nichtiges, So oder so schon hunderte Mal gesagt. Wie Schatten auf den Wogen schweben und schwinden wir. Es ist nicht nur der Klang, der an diesen Versen betört, In dem hier besonders schön das SCH in Schatten, Dem W der Wogen gegenübergestellt wird, Um dann beides in der Alliteration von Schweben und Schwinden zu verbinden. Zwei Erscheinungen sind hier auch miteinander verbunden, Die beide für sich schon nicht substanziell sind, Sondern nur zufällige Erscheinungen von anderen Kräften erzeugt Und mit diesen vergehend. Der Schatten ist dabei noch nicht einmal aus irgendeiner Substanz gebildet, An Nichtigkeit der Erscheinungen also kaum zu übertreffen. Und messen unsere trägen Schritte nach Raum und Zeit. Unser Leben dehnt sich nach unserem Verständnis also in Raum und Zeit aus, Beides ist für uns endlich. Und sind, wir wissen's nicht, in Mitte der Ewigkeit. Und in der Mitte des unendlichen Raums könnte man noch ergänzen. Da man Mitte intuitiv erst einmal räumlich versteht, ist es auch wohl so gemeint. Vor uns war Ewigkeit, dann kommt unser bisschen Zeit, Nach uns wieder Ewigkeit, über, unter, neben, vor und hinter uns Unendlichkeit. In der Mitte das bisschen Raum, den wir einnehmen. Aber inwiefern wissen wir nicht, daß das so ist? Wie kann der Sprecher des Gedichtes es dann wissen? Er weiß es auch nicht. Man kann es nur in dem Moment, in dem man darüber nachdenkt, sich ausrechnen. Sobald man sich wieder dem üblichen Lebensgeschäft widmet, Ist dieses Wissen wieder verschwunden, Weil es sich nicht mit der eigenen Lebenswahrnehmung in Einklang bringen läßt. Bitcoin ist irgendetwas, wenn es mit der neuen Lebensgewicht gibt. Und das ist ein bisschen früher in der Nähe. Wo soll es gesehen haben, wo soll es eigentlich passieren. Und diese Ere-Ire dafür bekommen? Sobald man sich in den nächsten Mal. Wenn, wenn man die Ere-Ire-Ire macht, dann kam es noch eine Zelle. Und diese Ere-Ire-Ire war mal auf so einen Umfeld, wenn man die Ere-Ire-Ire-Mre-Ire. Dann war es nur in der Menschheit. Wenn man es nicht kann, die Ere-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire-Ire. Vielen Dank.